Here we go, go. Die, also Vorteil der Pfirsichtgruppe, äußerte sich zur neuen Situation. Ich hoffe, dass ich viele Freundschaften schließen werde, sie wirkte ziemlich aufgeregt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Da steckt eine gute Geschäftsidee drin. Was für eine Antwort erwartet ihr denn jetzt? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Hutkinderzeit. Der 16. Dezember war das Sendedatum dieser Mail-Nachrichten. Danke fürs Zuschauen.